Schöne Emotion mehr, für die Schrotz Oh Gott, was weint? Ich hab noch hier 22 Schuss Hallo Hier machen wir den Strenger hier weg Okay, ich liege wieder Kannst du mir hochhelfen? Ich bin Ich bin Was ist das? 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 Und jetzt wahrscheinlich efficient als Boss kommt Kloon ensut sized Ich setze dich auch mal ja Das sieht aus wie ein Laptop zu mir. Kannst du hier? Ja. Ich habe dich. Komm schon. Und es geht. Okay, der Kapps-Lock ist weg. Auf der Home Sprint jetzt, Ames. Oder vielleicht nicht. Oh, das ist ein dick. Back für mehr, huh? Das ist mit der Stumpfhänder. Ja, das sehe ich. Oh, das tut weh. Ja, das ist weg. Ja, das ist weg. Ja, das ist weg. Junge ist weg. Der ist verdammt stark. Ja. Ich kann ihn nicht wieder beleben. Mach mal respawn. Sollen wir den Schatz kaum schaffen? Keine Ahnung. Ok, jetzt siehst du auch, wenn du den Nebenaufträger. Ach, den schaffen wir schon. Den schaffst du so einfach. Mensch. Ein Schlag von dem Mund. Ah, ein Schaden bekommen. Ja. Ich hoffe, dass du gerade offen meinst. Ach, ich auch. Ich kann dein Boden nicht draufhauen. Ich lege schon wieder. Hau einfach weiter rauf. Ich mache direkt respawn, dass ich vorher Leben habe. Ach, hab ich auch so, wenn wir wiederbeleben. Dann kannst du weiter rauf fahren, während ich gleich wieder da bin. Wollte sich gerade heilen. Und das soll er nicht. Nicht zu heilen. Ah, das ist auch noch ein anderes Zombies. Hilfst du wieder? Ja. Ich mache ganz schnell die anderen Zombies hier. Und dann habe ich gleich krase Reise. Dann kann ich den damit angreifen. Oh, bald. Ja, ich lebe die andere. Oh, ich lebe. Ich habe noch respawnen. Oder warte. Weitergehen. Nicht zulassen, dass er sich heilt. Ja. Das ist eine scheiß Idee, weil das schaffen wir dir nie. Ja, genau. Ja, genau. Aber wie lange da ist es noch, dass ich raserei feier, ok. Wahrscheinlich ist er dann tot. Ah, jetzt ist raserei bereit. Naja. Guck mal. Was? Ich habe einen Verschläger bekommen. Ah, ich auch einen, oder? Den hier. Glaubensselben, ne? Ja. Ja. So, oder, der Machtschaden... 541. Oh, ein Schwertag auch noch dabei. Wo habe ich denn das hier? Zweihänder. Schnapp mal. Warte. Oh, das ist ja geil. Ich will die auch. Ich will schaden, mach das. Oh, wo hab ich denn her? 494. Der beste Stege macht mehr. Okay. 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 Ich will nur weg hier. Aber wie kommen wir hier weg, ne? Oh, Toast. wie das denn? ich bin nur zuhause da gesprungen, ich darf doch mal schwimmen echt gut ja und wie kommen wir weiter? Ah, hier sind wir auch. Kannst du? Ah, hier sind wir. Kannst du? Ist richtig zuausch? Alter. erdale, jetzt geht's. Wurde45 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 Aaaaahhh! Hä? Mein Spiel ist auch gestürzt? Mh-mhm. Mh? Ja. Teinst du auch? Ja, also ich bin im Menü. Ja, ich bin auf dem Bildschirm wieder auf dem Desktop. Mach ich nochmal an, ne? Wollen wir jetzt alles nochmal machen, was? Das war's das erste Mal für heute. Ja, das war wirklich scheiße. so starke klar locker über 100 schläge ausweiten ja ich hab gehört du wolltest du überweisen? ne wollte ich nicht ich hab kein geld klar du hast kein geld so ein lügner du willst auch das linken maul und du geld hast du das weiss echt kannst mir ja beitreten ich sag's dir ne wenn wir wirklich jetzt alles noch machen müssen dann mach ich auchs ich auch was zum spiel? ja jetzt so ja komm jetzt zurück geh jetzt zurück zum hotel immerhin ab hier okay okay nothing oh oh are you fucking kidding me? oh oh shit okay time to go oh okay okay oh fuck oh ah 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 Ah, jetzt links. Okay, doch. Mhm. Vielleicht noch eine Schöne feste. Ähm, kannst du auch helfen? Ja. Mhm. So. Ich glaube, wir müssen durch Selti durch. Hm. Ah. Was? Wir müssen wieder healern. Die Tür noch draußen zusammengesagt. So schieben die Tür nicht damit zu, oder? Ja. Ja. Das gibt noch Rache. Nee. Aha. Also doch nicht, oder was? Hm? Also keine Rache, oder was? Nö. Warum denn auch? Wollen wir inzwischen wieder mit den Kett? Hä? Äh, Angst habe ich. Ja, das ist so cool, dass schon. Ich bin jetzt schon. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen. Ich hab den Zombie-Safe-Handung getroffen in einer Mit einer Person Das ist gut kannst du noch hoch helfen du bist so klein in deinem klingeln bitte du bist so klein in deinem klingeln du bist so klein in deinem klingeln wie konnte ich denn sonst den prächtigen 2 ertragen ach ich brauche nicht mhm oh aber der beste schläger vom klingeln macht mehr schaden ich gehe schnell rein 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 meine legendärisch rum verkauft das ist ja gewesen ja ich gehe schnell rein ich gehe schnell rein ich gehe jetzt runter und ich muss die Hintergrund und schönes hotel und sollege lola bebezüklü he what let me see last reuben i'm wide awake sit down reuben and i were just reminiscing you know each other conrad and i did some research ruben it was a little more than that i was his oracle his pythia so how have you been you look different is that what i did conrad or did i do something else lola hey you promised you wouldn't interfere no ruben we promised that we wouldn't interfere or you've already galloped across that rubicon hey doc where the fuck oh who the fuck hey hey not now jimmy no we fucking agree the whole group gets to say i'm newcomers don't worry mr montana do you mean montana yeah you probably see me on tv fabulous mr montana well i was just about to leave anyway but i must just drop in on tisha before i go you can't see her oh ruben yeah well no one gets to see her what she ain't here what do you mean well she went out looking for food with a little gang of hers they're overdue i always told you ruben the tighter the leash the harder they pull get out i'll see you down the line later jimmy why'd you let her go hey she ain't my kid if i was in charge listen yeah fucking whatever ruben there's something weird happening to me please we need i need her back safe alright look it's gonna take time to analyze your blood to get answers alright now tisha tisha doesn't have time alright okay but then i want answers thanks thanks hello denise tisha is missing any clues that's 21.000 dollars i have 21.900 i have 21.000 dollars who has one that's here mm-hmm and take your time now picking weapons like picking a pub gotta make sure it's right for you Naja, was? So tolle Sachen hat er hier nicht. Jetzt hatte ich 32.000 Dollar. Wie denn das? Ich habe 2 Haufen verkauft, eine Schrot und eine Karabine. Dafür kaufe ich mir jetzt diese Super Schrot. Welche Super Schrot ich auch habe? Keine Ahnung, die... Roter Drache, die macht 1307 Schaden. Ich habe die gleiche. Aber Roter Drache. Handel besiegeln. Du kannst doch so Zombiesachen verkaufen, ne? Oh, wie. So ein Zombie-Gederbe, den man aufhebt. Wo sind die denn? Achso, da. Über große Armknochen zum Beispiel. Verkaufen, ne? Was? Ah, aus. Was? Ja, das ist perfect. Oh. Oh. Also, hab ich gemacht. Oh. schon 21 habe ich das gut gekauft ich hab mal 17.000 mal bezahlt wie viel hast du bezahlt? 1.000 von meiner 17? ja hab ich auch ein paar waffen kann ich auch mal verkaufen die ich nicht brauche ach der nimmt keine waffen mehr also nicht die die ich brauche ja 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 ja